Jaa... nö. Noch mal kopf kratzen... Ja läuft der mal wieder super... Ah so jetzt komm hier... Aaaa! Fragezeichen Fragezeichen da einfach durch rennen. Nice, Alter. Ganz großes Kino hier. Ganz großes Kino, Leute. Ja, ja, komm, Schnauze. Komm, wieder diese fiesen Sackfeißer. Ganz fiese Truppe. Ja, hier kann ich auch nur, hier habe ich auch nur Fragezeichen. Kann ich das einfach so durchlaufen oder werde ich dann mit dem Tod bestraft? Äh, ich glaube, das hat die Frage beantwortet. Bin mir aber auch nicht sicher. Bin ich blind oder so? Nein, wo ist denn der? Ja, komm, 5 Meter haben wir in Minecraft. Nee. Und da? Wenn ich da irgendwie so gemächlich... Da ist er. So, komm, jetzt aber. Hoppiii. Alter! Äh, es ist ja wunderbrichtig. Äh. Naja, ob der da so gut liegt? Fragezeichen. Sterben. Du willst mich wohl... Äh. Was ist das? Also heute, das ist heute echt nicht mein Tag. Also eigentlich ist nie mein Tag, wenn man so ansieht, aber... Alter! Alter! Ja, da waren noch zwei Stück. Äh, ja. Wunderbar wie immer. So, komm jetzt, ey, hier eigentlich durch meine Güte. Er hat gleich noch einen Rappel. Hm, ja, ist ja schön. Er ist wieder undicht. Der Klippner hat mal wieder Scheiße gebaut. Äh, nicht da ist. Ich krieg's auf die Fresse. Jo. Ich krieg's auf die Fresse. Da würden sich wieder Granaten anbieten. Würde ich mal so behaupten. Aber ich weiß ja auch nix. Ich bin ja hier auch der Noob. Komm. Äh, Fragezeichen, Fragezeichen. Granate reinwerfen, Fragezeichen. Was ist denn das? Können wir sie wieder aufmachen? Ja, es müssen Opfer gebracht werden. Ja, es ist ja auch schön. Wollen wir mal bepisst werden hier. So. Komm nochmal zu hier. Bladden. Ich fiel aber wenigstens etwas. Na, endlich. Nein, Leute. Ah! Herrgott. Was ist denn? Entschuldigung, der hat mich... Also, der hat mir gerade so einen Schreck eingejagt. Jetzt muss das... Ich treib mich hoch und auf einer steht da so ein Typ. So. Es gibt's... Kumpel. Ja, hier immer ich. Bin ja auch nur ein Professor hier und soll hier auf ein Mann Armee machen, oder wie? Ja, weg da! Ich kriege gleich die Krise, man, diese Typ, meh. Na, klasse. Super. Ich freu mich, Militär. Ich glaub, der Freundchen, dem geht's noch gut. Hallo? Geht's ja noch gut? Hallo, Freundchen. Hallo. Hallo. Naja. Weiß ich auch nicht. Ah, schon. Ist ja noch irgendwas. Ah, leere Kisten. Mhm, ja. Sehr schön. Ah, ja. Badmesser. Super leere Kisten wieder. Da geht's noch nicht durch. Nicht. Hallo, Freundchen. Zeitungen und so'n Scheiß. Na, super. Ah, 30%. Mhm. Ist auch super. So, was gibt's noch hier? Wollen wir auch nicht. Wie stehen wir eigentlich mit der Muni? Na, super. Jetzt gehen wir mal weiter voraus. So. Ach, Mann, ey. Der Freeman kommt! Achtung, alle hier. Jo. Ja, Schraubenschlüssel. Mülleimer. Na, endlich. Oh, ich habe letztendlich gespürt. Danke, Gott, du bist hier. Nein, nein! Also, ich, der... Also, Freeman ist ja nicht gerade der Retter hier. So, grüner Klopfe, heiß drücken. Drücken geht nicht. Äh, ist ja super. Oh ja, haben wir das erste Soldaten hier getroffen. Stressen ja auch hier rum. Ich weiß auch nicht, was diese, äh... Diese Soldaten gegen uns wollen, ey. Ich meine, die könnten uns ja retten gehen, aber nö. Schön mal die Professionialer schießen. Und... Ah... Supi, neue Waffe. So, komm. Komm, hier. Na, was ist das? Xbox. Oh. Na, ist ja super. So. Wat, wie, wo? Hm. Warum? Yeah! Also, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Ich meine, neben den schönen Monstern haben wir jetzt noch, äh, die Armee amals. Ah, Ladedaten. Immer schön. Kenne ich auch aus dem echten Leben. Ladedaten. Laded, laded. So, ab hier. Der Freeman will weiter Leute killen. Yeah. Ich schieße! Oh, super. Jetzt heißt es mal hier gleich, äh, jetzt heißt es gleich immer wieder. Freeman vs. Armee. Hup! Also, was wollen die? Eita! Flieger, lauf! Na, ist ja wieder wunderprächtig gelaufen, ja. Na, ist ja, ist klasse. Komm, hier. Das kann jetzt nur noch ein paar Stunden dauern. Bin ich mir sicher. Warte da. Ata! Stress hier mal nicht rum. Da auf mich sofort treffen, finde ich auch immer, äh, wunderschön. Es kann ja nur lustig werden. Ladedaten. Ja, und mein drittes Bein. Ja, klasse. Ja, freust du dich noch, oder wat? Hier, ein armen Professor. Hier, hundert Soldaten gegen den armen Freeman. So, komm jetzt. Super. Ja, ja, halt dein Maul. Nice! Uah, Kopfkratz. Alter, die erlegen mich ja nach, ihr Dingens. ja komm raus ja ja probier es mal auf die schöne granatenweise also mit granaten na danke schön super bild ich weiß nicht wie viel praktisch noch brauchen wäre es ja es ist ja schon pervers hier komm hier alter wie treffen die mich hier es gibt es doch nicht neuladen bitte so speicher hier jeden einzelnen zentimeter ja laden und gleich wieder sterben und das die ganze zeit also ich hab jetzt den soldaten gemeint ne also ich hab jetzt nicht mich gemeint ist ja auch wunderschön da ist mir der black messer gerade abgeschmiert haha super ja gut ich brauche jetzt immer eine pause das kann das hätte jetzt hier noch fünf stunden gedauert bis ich an der stelle weiter gekommen wäre also gut ich verabschiede mich dann hier mal und wir sehen uns dann bald wieder bei black messer falls ihr noch jemand zuschaut und was ich bezweifle nach den aktionen die hier zurücklege das ist ja schon ähm ja ist ja schon nicht mehr schön sowas also dann noch Tschüssi tschüssi 거예요 du